ARD Text im Auftrag von Funk Jo! Ja, Omi, hörst du mich? Jo, hör, ja. Wie ist dein Name, Oms? Heils Paco, man. Paco? Ja, man. So, sup? Wer seid ihr, man? Seid ihr von der South? Yeah, Chamberlain, heils Oms. Ah, Chamberlain. Ah, ich war doch das letzte Mal bei euch im Studio, man. Ja, ja. Ich brauche Freestyle, Mann. Kannst du Freestyle? Ja, kann ich, ja. Warum arbeitest du für die White Boys, Omi? Ich brauche Kohle, man. Ich brauche Kohle, verstehst du? I need that shit, feel me? I feel that, Oms, I'm apart. Omi, die weißen Rauben unserer Seele raus. Ist sogar ein bisschen die Southside gekommen, Omi. Wir machen hier Geschäfte, man. Wir machen uns nichts ab. I feel that. That's what's up. Yo, habt ihr auch ein Studio am Start, man? Yeah, Omi. Dann Chamberlain, jetzt Omi. Our letztes Gefühlser. I feel that, man. Ich hab heute den Typen gesagt, Yo, ich hab keinen Bock mehr, Mann. Ich hab keinen Bock mehr auf diese Scheiße, feel me? Ich will die Kohle ausgeben, Mann. Ich will die keine Kohle mehr machen. Ich will sie nur noch ausgeben. Wievür? Wievür, Omi? I feel bitches, man. You feel me? You feel me? My homeboys. Yeah, they feel that shit, man. You feel me? Ey, Bro, wie viel hast du hier bekommen, Mann? Ich hab gesagt, ja, pro Stunde 1.800. Damn! Damn, Omi. Ich mach 1.800 in 10 Minuten, Omi. Omi, sag mir, Mann. Die Churros haben dich verarscht, Mann. Die Scheiße ist gern, Omi. Komm, mach mal eine Freestyle-Session machen, bitte. Ich hab keinen Bock zu Freestylen, aber wir gehen. Omi, ich sag dir, das Erste, was du machst eigentlich, ist dir kündigen, Omi. Das muss man. Ja, Omi, es ist eine Sache, muss ich euch sagen. Findet ihr nicht auch? Wir Omi, hier in der Southside, müssen zusammenhalten. Auf jeden Fall, Mann. Black Lives Matter, oder? For sure. For sure, Omi. I feel that. Kann das sein, dass irgendein Whitey kommt und sagt, du arbeitest für mich hier bei Unicorn oder hier im Tattoo-Studio? Nein, Bruder. Omi, das ist das. Ja, Omi, die beuten uns aus. Das ist das Problem, Omi. Die beuten uns aus. Und ich möchte, dass... Genau, das ist es, Omi. Und ich möchte, dass jeder das mit auf den Weg nimmt. Wir Schwarze, Omi. Wir bücken uns nicht für irgendein Whitey. Yeah, that's what's up. Wir können genauso Rechtsanwälte, Lehrer, Selbstständige werden. Wir sind nicht immer... Genau, Mann. Ja, Bro. Nee, das versteht ihr, was ich meine. Ja, damn. Aber das verstehen die Leute nicht. Da kommen irgendwelche Cops, Omi. Mein kleiner Bruder ist mit seinem Bike rumgefahren hier oben, Omi. Und der wird durchsucht auf Drogen und auf Waffen, Omi. Ja, Omi. Er ist 14, Omi. Echt jetzt? Yeah. Fuck. Fuck. Und die Cops haben mich schikaniert, Omi. Ich muss sie eben vom Polizeipräsidenten davon, Mann. Das war schon wieder, Mann. Da stehen die Wechsel. Fuck das Cops, man. Yo. Fuck this shit, man. Oh shit. Hey, yo, yo. Oh, die fahren hier vorbei, es werden immer mehr, Mann. Mein Homie Ryder hat auch keine Freundin. Okay. Oh. Ich glaub, Ryder hat ne Freundin, nur er hat's euch noch nicht gesagt. Ich glaub, wir sollten hier weg, Mann. Oh, Mami. Die Five O's werden immer mehr, Mann. Sollen gerade vier Autos hier, Bro. Ich glaub, euer Kollege kommt da nicht mehr weg. Nee, oh shit. Komm mit, die Five O's kommen. Jo, ich will doch einmal morgens, Bro. Ja, Zoe. Ja. Ryder hat keine Freundin. Komm mit, Hops. Hier. Ciao, Paco. Ja, ich chill mal ein bisschen mit denen.